Stören Ja so, hallo Hallo, Zuschauer Guten Tag Lasst uns reden im Ladebildschirm Egal, ich geh pissen Wo ist Buck? Der ist traurig Der ist ja traurig Weil das letzte Spiel kacke war Weil das letzte Spiel kacke war Wir haben zwar gewonnen, aber er fand's einfach scheiße Der Gegner war einfach dumm Ja klar, aber es war auch trotzdem scheiße Fand ich auch selber so Ähm... Ich glaub ich sollte so früh wie es geht einen Sonja holen, oder? Ja Und ADs motherfuckers Kann mich da respawn Ich glaub... Was? Nach dem Game muss ich glaub ich Coten Frozen Heart kaufst du dir oder Randoons? Boah, ne Äh, ich glaub ich kauf mir eher ein Randoons Oder? Ne, weiß ich noch nicht So können wir nach Hause sehen Mal gucken was besser passt Tazam Ja... Kids Ja dann gehe ich mal Tanki Das ist ein Poro Und man... ein scheiß guck doch wenn die ihre skillschutz treffen würden ich meine die die haben einen von 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 vier getroffen oder so BABABABAB almost der Trap der Trap was war denn das Gönch bei Minion Kills waren das das ein wenig Auuuch Hilfe der PC kassiert wieder er hat 5 Pods keine Panik kein Panik du bist auch immer der erste der kassiert geil ist echt so ne ja wegen wegen all in Mentalität hätten passiv und so ne hätten wir die Kettling kriegt die ganze Zeit meinen Kiegeltisch da ab ey alles oder nichts alles auf Catelyn alter hallo ja nicht so laut bist du blöd ich hab dir das extra geschrieben was ja bekommst du natürlich wieder nicht mit ist klar ey ja ich war ja schon weg ja sei leise ja sei leise äh was habt ihr jetzt bei euch zuhause was warum soll die leise sein ein kleines Baby hast wir hatten gemacht weil ich aufnehme und sie grad koten ist ja ich muss noch Pipi machen ja nur Pipi keine Panik nur Pipi Mädchen koten nicht ja ein Sonnenkrimer sagen wir jetzt wohl ja sich nachschminken hehehe den den Lippenstift nachziehen so ist das ist alles éhh na 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 Mit Heimerdinger ist halbe Stunde zu betrachten. Mhm, mhm. Lieber der Cock. Ja, willst du den Cock haben, ich höre. Da hast du mal den Cola abgenascht, ey. Böse, böse. Wartest du mal? Peng! Ja, mit Heimerdinger sollte es eigentlich ein Free Win sein. Oh, Full Free. Mit Game, hau die dich weg. Da bin ich ja da. Oh, ja. Kannst du halt hin wegen dieses fucking THC, ey. Guck, wie alle so Highlife und so. Highlife. Wurde die Runen tan, du brauchst eh Mana. Wir brauchen kein Mana. Wir müssen merken, dass wir zurückgehen, weil Heimerdinger weg ist. Wir sollten defensiv spielen, oder? Zu AP-Kopf. Oh, lol. Danke. Weggevogelstürm, oder was hier? Ein Vogel hat ihn dreimal getroffen, ey. Hehehe. Das ist ein Do-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Dillde zu token. Oh, THC. Ups. Hehehehe. Ja, THC. Ja, dann sollten wir sie diven. Ja, die ist so. Ja, die ist so. Der schwarze? Der Neger? Ist doch ein Neger, oder nicht? Ach so. Ja, dieser Geschäftsmann da, dieser dicke. Ja, ja. Das ist Kingpin, ja. Oh mein Gott. Der ist nicht mehr lange. Doch, doch, doch. Nix da. Oh mein Gott, AP-Cock. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Twitch ist hier! Ah! Yo. Ja, Twitch ist hier. Ich hab's aber ganz fertig gemacht. Ja, peinlich. Nee. Zum Heulen ist das. Nee. Nee. 30 Sekunden hab ich ult, dann können wir wieder einen rauspicken. Nix. Ja. Da hab ich Leute losBooks, eh. Eh. Ja. Ich brauch n- n- n Heimer Skin. Der mein Skill betont. Oh mein Goooott! Oh mein Goooott! Oh mein Goooott. PANG! Der Trapbait! Der bekannte Trapbait! Ich hab Ulti, ey! Okay... Doch, Mana! 7-1, ey, das ist hart Ja, die... Wo der Team alles schlecht ist Die sind krass, das Team ist krass Du sie sind einfach zu blöd, die zu spielen, ey Ich hab glaub ich auch nicht einmal in einzigen Kuh eingesetzt und hab noch keinen gesehen und hab noch keiner getroffen hat Doch, der kann sie immer Ja, weil die mich fokust Hier, ey, mach! Guck! Oh mein! Oh mein! Oh mein Gott! Dankeschön Die nutzen den Poket ja nicht aus Die gehen ja nicht rein Die... die poken ja nur Treffen einfach gar nicht Wir... wir gehen rein und dann... Ich sag mal, sie versuchen zu poken Außer Tanwell noch nie einer unter 50 AP Elfte AP meine ich Ist so Oh mein Gott So hat so niemand gestorben Meinst du? Hey, ich bin der einzige, der Damage macht von uns Wird mehr sehen Wird mehr sehen Oh mein Gott! Ey, ich war fast auf vollem Leben Und dann... Haben mich zwei Dinger getroffen Alter Der Koppenhof hat's echt auf mich abgeht Ohne Scheiße! Beide Skills hat er auf mich gezielt Der könnte gleich hinter dem auftauchen Ja, das beweist doch nur, dass sie mich fokusten Genau Weißt du, dass sie dumm sind? Oh, der wollte doch wissen Oh, der wollte doch wissen Ja, schade Zu spät What? Guck! Er hat mich geultet Plus ignited Ey, und dann sagt die... Mir... äh... die fokusten mich nicht Au Er hat mich geultet Plus ignited Und das macht man... In der Regel nur... Beim stärksten des gegnerischen Teams Und der stirbt ihr alle Wenn der nicht wegwennst Der Barrier Du läuft! Wir haben gesehen Der war insanely... Not visible Kein Banner Alter full down, bitch! Keine Items Zuckt, der zuckt Ich wollte den Ulf daten, dachte ich kann mal... Typisch Oh, da kommt Twitch Dumm sah Stutty down, ey Ah! Oh mein Gott! Das hat doch wirklich noch die meisten Kills, ey Ich glaub's nicht Er hätte zündet sein Raketen doch immer nur, wenn der Gegner 100 AP hat Ist auch so Ja und? Hä, ist das meine Schuld, oder was? Trefft erstmal mit euren Raketen Wenn ihr den Heimer irgendwann bekommt Ja, das ist die sickest Scherbsaufgabe bei dem Char Ja, der Skills Shot Richtig krass, der Skills Shot Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt gibt ihr dem nicht einen Penta, Alter Nein, nein Nein, nein Yo! Arbeit, Arbeit! Surprise! Sobald kill Ace Diese fuckers Wir mussten ja mal sterben, da Wir müssen ja mal sterben, da Wir müssen ja mal sterben, da Wir müssen ja mal sterben, ey, das ist fett Exe-cuted Exe-cuted So So Machen wir weiter Ihr healt mich, ich töte sie Moin Egal Beine Aaaaah Ey, diese Dieser Eisblock, ey Ja, Mann Schon ein bisschen nervig, ey Loll Loll Almost down Du hast einen Phantom Dancer? Lulz? Wer hat einen Phantom Dancer? Bitch Wenn die nicht komplett scheiße wären, die könnten die Säule machen und dann ihre ganzen AOIs da rein haben und würden alle drauf gehen Aber anfangen zu Yo! Yo! Dann geh doch wo drauf Yo I need Heals Die Heals Die Vorhine ist, dass wir keinen AD haben, der den Tower poken kann Die Heals Ich-ich kann mit Towern poken Auga Hell hell helljang Hab ich gehört? Aduh Mache schon viel damage, der Junge Ja Was hat sich das gefaut? Ja, nochmal raus trauen sie sich nicht, glaube ich. Sonst gehen die drauf. Der muss einfach auf Dings abwarten, ich hab Ulti. Ich muss immer ein paar mal den Tower hätten, sonst kommen wir nicht voran. Ulti, wenn die nahe kommen, weich die weg. Ja, ich hitt ab und zu einmal drauf, mehr geht nicht. Ja, wieso hab ich cooldown? Ja, komm fertig. Ah, bin tot. Was? Ja, kein Mann. Oh. Oh, da hat er noch gebarriert. Der Noob. Wo diep. Ja, ich kann es exeküren oder was. Ja, hm, was kaufe ich denn hier? Ich gucke jetzt mal Ege-Schule, ne? Was, ich? Soll ich? Ich hol mal eins. Okay. Wer in den Miet schilden können, dann, ne? Was? Ich muss ja in den Miet schilden können. Ich? Ich. Ja. Achso, ich hätte mein Mikro gar nicht rausgezogen, ja. Sonnenbrille? Alter, der zieht mir ein viertel Leben ab mit so einer Kugel. Du warst so dreißig, Junge. Was ist du denn? Der ist so gar nicht gelüten. Da ist nicht mal die gewesen. Ach was, der hat noch Magic Pen, ey. Der ist zwölf wahrscheinlich, nur zehn. Kein Wunder, das ist... Macht der True Damage, oder was? Ich geh rein. Tu das. Der Penis ist raus. Oh shit. Oh shit. Bam. Ja, soll ich... Bam, ich glaube, bist du ein Ultier. Hast du Sonja zu kaufen? Ich hab Sonja. Soll ich anulten? Wenn du hast... jetzt war es gestorben Twitch ist nach hinten gegangen und hat mich gekillt ja du könntest ja wohl noch mal kaputt machen ja eben nicht eben blind ja blind das Ding fliegt mit einen halben kmh ja muss voll Ult, dann knallt sich der Gericht direkt drauf ja Ulten habe ich schon vorher weil Teamfight und so Teamfight du weißt ja hier Mietschild ich hau alles um wir müssen deren Inhibitor jetzt nehmen sonst sieht es mies aus ey Kok kann nix machen wenn wir ihn gefangen haben kann er nix machen vorbei mit dem also wenn der mich trifft tut's weh ich muss mich nur fernhalten hier und passt auf Twitch auf PANG ja komm ausnutzen lasst sie einfach dive in die Bitches ja komm schon wieder oder was nein lass 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 ey nicht aus meinem Skill hier nicht aus meinem Skill hier er sieht aus der Tower Range aus oh oh sauber sauber nothing quadra danke ah tot so ein genius Typ ja ja dann kaufe ich mir mal den Stab der Erzengel ich hab mir mal den Stab der Erzengel ich hab mir mal den Stab der Erzengel ich hab mir mal den Stab der Erzengel da ist wieder so einer der RIP in Peace schreibt glaubs nicht ja das RIP in Peace in pieces wenn ihr wollt ja dieser Slow ist UNMENSCHLICH auf k6 oder irgendwie ein wichtiges tower tower in heb 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 wusch wusch er gleich kein maler mehr der faget ein weil es noch ein tor auf eben noch ein Holy shit! Holy shit! Loos! Geht doch! Jeder für sich! Ups! Ja, Mischa, jeder für sich. Glaub ich gehört. Die! Ja, wo war die denn? Ich war tanken. Ich war ein Tower-Bestung. Nein, die haben die Tower nicht bekommen. Kriegen die. Damacya! Nein, nicht zu so suchen. Gönn ich die Nathurs, wer da. Nathurs, das ist f***ing Paget. Ich hab's noch dabei. Er solo die. Nasus, bitte. Da kommt... Ich hab zwar keine Kills, aber du brauchst schon Kills, ich bin Nasus. Feetle, Steaks! Feetle, Steaks! Ja, ach. Mach die platt mit deinen... Oh, steh! Die hab ich nicht gesehen, hättest du es reinholen können. Mach die mit deinen 30 Damage auf deinem Kuh platt. Mhhh! Auf die Motherfuckers! Der will nicht, der will nicht! Wo ist der vier? Oh mein GOOOOOT! Hilfe! Oh, lol. Hilfe, der Trundle! Alter, ist der tanky. Ja, die Carries sind noch alle am Leben. Die sind noch... Egal, gehen wir mal auf den Nexus. Au! 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 Danke. Vision hätte, ey. Wie geil ich einfach... W gedrückt hab! Ups! Nein! Geh mal auf den Nexus! Shutdown! 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 Ich geh nicht! Ich geh nicht! Ja! Ich sag's am Grenzer! Ich reff...